Seit 2010 ist das ozonschädliche Kältemittel R22 als Frischware in Europa verboten. Viele bestehende Klimaanlagen müssen jetzt modernisiert werden. Am besten mit den zukunftsweisenden Lösungen von Mitsubishi Electric, die Gebäude wirtschaftlich unkomfortabel klimatisieren. Dabei können mit der patentierten Replace-Technologie die vorhandenen Leitungen weiterverwendet werden. Es müssen lediglich die alten Außen- und Innengeräte durch R410A Neugeräte getauscht werden. Das weitverzweigte Rohrleitungsnetz von den Kältemittelleitungen, Elektroleitungen bis hin zu den Kommunikationsleitungen bleibt erhalten. Dies spart Zeit, Material und vor allem Kosten. Damit keine R22 Mineralölreste in den Rohrleitungen verbleiben, verfügen die neuen VRF Replace Multi-Außengeräte über eine Spülfunktion. Nach Montage der Innen- und Außengeräte werden vor Befüllung mit dem neuen Kältemittel R410A kurzerhand die letzten Rückstände des alten Mineralöls aus dem Leitungsnetz herausgespült. Dabei wird das R410A im zweiphasigen Zustand in die Anlage gefördert und nimmt alle Mineralölreste auf, die im Außengerät durch einen Spülfilter vom Kältemittel getrennt werden. Besonders praktisch, die Replace Multi-Außengeräte haben wir so konzipiert, dass sie den üblichen Durchmessern der R22-Systeme entsprechen, damit Sie Ihre VRF Klimaanlage schnell und einfach in Betrieb nehmen können. Unsere VRF-Serie verfügt über eine große Leistungsbandbreite bereits ab 1,5 Kilowatt Kälteleistung. Ideal also für kleine Räume. Ein weiteres Plus, bei laufendem Geschäftsbetrieb können die Innen- und Außengeräte getauscht werden, um die Umrüstung mit Replace-Technologie ohne großen Zeitaufwand zu realisieren. Zugfreie Klimatisierung in großen Räumen dank des einzigartigen Coanda-Effekts. Die Vierwege-Deckenkassette sichert durch den horizontalen Luftauslass eine rundum gleichmäßige Klimatisierung. Die kompakten Design-Truhengeräte führen im Heizbetrieb angenehm warme Luft über den unteren Luftauslass in den Raum und ersetzen so den klassischen Heizkörper. Sofort wohlfühlen werden sich die Gäste in der Lobby, dank der flüsterleisen und unsichtbar eingebauten Kanalgeräte. Mit der innovativen Replace-Technologie fällt die Entscheidung für ein hocheffizientes und modernes Klimasystem besonders leicht. Der Energiebedarf wird bis zu 50% reduziert, was langfristig Kosten senkt und durch niedrige CO2-Emissionen die Umwelt schont. Mitsubishi Electric ist führend im Bereich innovativer Technologien. In Millionen von Gebäuden weltweit sorgen wir so für Wohlfühlklima überall dort, wo Menschen leben und arbeiten. Ganz im Sinne unseres Slogans Changes for the Better – Veränderungen zum Besseren.